Guten Tag meine Damen und Herren, hier in unserer Videoreihe erfahren Sie alles über die Funktionen und die Bedienung von Lynx Basic. Wir schauen uns heute einmal die Portfolioübersicht genauer an. Dazu gehe ich auf die Startseite von Lynx Basic und hier muss ich einfach nur meine Maus über den Menüpunkt Portfolio halten, um zu sehen, welche Funktionen es im Groben gibt, nämlich einmal die Anzeige von offenen Positionen, offenen Orders, kürzlichen Ausführungen und den Kontodaten. Wir schauen uns das Ganze einmal genauer an. Dazu gehe ich also auf den Menüpunkt Portfolio. Oben links sehen Sie eine grafische Darstellung der Entwicklung des Netto-Liquidationswertes über die letzten Tage und Wochen. Hier kann ich also auf den ersten Blick meine eigene Performance gut im Überblick behalten. Daneben finden Sie drei Grafiken der drei wichtigen Werte Netto-Liquidation, Total Cash, in diesem Fall minus 44 Prozent des Depotwertes, das bedeutet, hier wird sich Geld geliehen sowie den Marktwert der aktuellen Portfolio-Positionen. Rechts sehen Sie eine Zusammenfassung der Aufteilung meines Portfolios in verschiedene Asset-Klassen. Hier in dem Fall gibt es nur Aktien und Cash. Wer zum Beispiel Optionen oder andere Produkte im Portfolio hält, der sieht dann entsprechend den kumulierten Wert dieser Asset-Klassen auch hier in der Zusammenstellung. Unten gibt es dann eine Tabelle, die mir meine offenen Positionen anzeigt. Beginnend mit den Cash-Positionen in der Basiswährung sowie, falls vorhanden, in Fremdwährungen. Darunter in diesem Fall hier die entsprechenden Aktienpositionen mit Unternehmensnahme, Positionsgröße, Einstiegspreis, dem aktuellen Marktwert der Position, dem unrealisierten Gewinn und Verlust sowie den aktuellen Marktdaten. Ganz rechts gibt es in jeder Zeile vier Buttons. Über Kaufen oder Verkaufen kann ich entsprechend das Order-Ticket öffnen oder ich kann mir den Chart des entsprechenden Wertpapiers ansehen oder die Position schließen. Die Registerkarte Offene Orders zeigt mir die Orders an, die ich übermittelt habe, die aber bisher nicht ausgeführt wurden. In diesem Fall ist hier noch eine Kauforder für Lufthansa-Aktien offen sowie eine Verkaufsorder für Novo Nordisk-Aktien. Unter Ausführungen sehe ich dann die zuletzt getätigten Käufe und Verkäufe. Da in diesem Depot seit einigen Tagen keine Transaktionen durchgeführt wurden, ist die Tabelle hier leer. Und zu guter Letzt kann ich mir natürlich die Kontodaten ansehen, unter anderem natürlich den Gesamtwert des Depots, mein verfügbares Guthaben, die aktuellen Margin-Anforderungen sowie den Marktwert der Positionen in meinem Portfolio. Die Tabelle Cash-Positionen ganz unten zeigt meine Fremdwährungsbestände, falls ich denn welche habe. Und in diesem Fall gibt mir Basic direkt die Möglichkeit, die vorhandenen Fremdwährungsbestände umzutauschen, nämlich über den grünen Button oder einfach komplett glatt zu stellen über den dunklen Button. Sollten Sie bereits ein Depot über Lynx eröffnet haben, dann loggen Sie sich doch am besten mal direkt in Basic ein, lernen die Funktionen kennen und probieren es selbst einmal aus.